Ich lerne Deutsch. Ein Wort. Sechs Sätze. Umwelt Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Erhaltung der Umwelt ist für das Wohlergehen künftiger Generationen von entscheidender Bedeutung. Die Erhaltung der Umwelt ist für das Wohlergehen künftiger Generationen von entscheidender Bedeutung. Wir müssen uns über die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt im Klaren sein. Sauberes Wasser und frische Luft sind Grundvoraussetzungen für eine gesunde Umwelt. Sauberes Wasser und frische Luft sind Grundvoraussetzungen für eine gesunde Umwelt. Ein nachhaltiger Lebensstil trägt dazu bei, die Umwelt weniger zu belasten. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für die Umwelt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für die Umwelt. Es ist wichtig, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, um die Umwelt zu schonen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.